Und Action! Edeka macht jetzt ein Wissenschaftsformat über nachhaltige Themen. What the F***? Cut! What the F***, Cedric. Ah ja, stimmt, genau. What the F*** bei Edeka. Hier geht's um die Dinge, die uns wirklich bewegen. Wir alle wissen, unser Weg ist noch weit. Wir wissen aber auch, die Zeit rennt. Mit fundiertem Wissen und harten Fakten schaffen wir Klarheit. Und schauen uns gemeinsam sinnvolle Lösungen an, mit denen wir tatsächlich etwas verändern können. Also schaut gerne rein. Wir sehen uns bei What the F*** bei Edeka.